Welche Superkraft ich habe, das ist leicht zu beantworten. Eine ukrainische Superkraft, natürlich. Ukraine ist die Power von Europa. Eine Modesünde ist für mich, wenn man sich Sachen kauft, von denen man denkt, sie sind trendy, ohne zu sehen, dass sie zu anpassen. Schau mich an. Ich trage Sachen, die überhaupt nichts in dem Sinne mit Mode zu tun haben und ich sehe fabelhaft aus. Ich finde die total furchtbar, ganz ehrlich. Ich habe Elevator Pics vor zwölf Jahren angefangen. Was sie machen ist random scheiße und das ist eine Kopie. Mein Fächer, die pinke Luftmatratze von meinem Lebensgefährten und mein Mobiltelefon. Immer noch Berghain. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.